Sehr hungrig. Okay, ja, dann ess mal was. Hier, macht ihr komplett satt, ne? Können die ein... Ne, noch bin ich nicht dabei, die Hobbs zu nehmen. Erstmal muss man Ausgrund schaffen und das geht dann, glaube ich, nur 30 Minuten. Ja, Jan, denk dran. Denk dran, den Fischchen nicht zu essen, bevor du den letzten dort Hobbs genommen hast, ne? Okay. Das ist irgendwie näher dran, ne? Sonst krieg ich die nicht. Konnte man nicht bei Fähigkeiten das Fernglas etwas? Wer will sonnen? Oh, 27 Euro. 70% schnelleres, aber nicht die Reichweite, ne? Dann brauch ich es nicht. Ich sehe jetzt hier gar keinen. Doch da vorne. Der möchte aber nicht. Bäh. Der Lenny steht da. Der Lenny hat mich gesehen. Das kann ich wahr. Stimmt nicht. Der lügt. Ich will sie halt nicht töten, ne? Ich muss sie endlich hinaus befördern. Da hat man nicht irgendwie auch Betäubungsfeile, aber ich glaube, ich habe den Bogen dafür nicht, ne? Das wäre natürlich... Das wäre nicht... Der bleibt da stehen. Lass mal gucken. Stun Error. Wood und Stone. Antersbau, Ancestorbau und Wuttenbau. Der Ancestorbau. Ich habe keine Ahnung, wo ich den Ancestorbau herbekommen. Den ganz Kleinen. Ich bin jetzt aber... Ich bin jetzt auf. Also machen wir weiter. So, Lenny, ich hab dir nichts getan. Du brauchst da einen kleinen blauen Fleck hinten am Rücken, der sehr blutig ist. Weiß ich auch nicht. Lenny, verlass bitte das Land und kommen nie wieder, ne? Ist alles zu deinem Besten. Guck mal, ist das eine Scheune? Achso, ist das eine Scheune? Ich dachte, das wäre ein Haus mit zwei Stockwerken. Das gibt's, glaube ich. Nee, da hinten ist eine Scheune. Ist das ein Haus mit zwei Stockwerken? Uh, echt? Cool. Die sind gar nicht so viele Leute, ne? Ohne Röder? Ja. Sind die gar nicht so viele. Es wird dunkel, glaube ich, ne? Aber dann? Ich glaube, ich soll die gar nicht so viele Leute sagen. Aber das ist auch nicht so viele Leute, die sind wirklich alt. und jetzt zu mir nicht dein ernst und hat er den aus dem kilometer weit entfernung hat den typen liegen sind jetzt vielleicht nur gewundert wusste ihr müsst einen auf dem posten sein es ist ein bisschen es ist ein bisschen aber ich muss ihn nicht aber ich muss ihn nicht Jetzt gesehen. Der guckt da nicht. Der kann nicht so weit gucken. Der guckt da nicht. 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 Jetzt bin ich mit dem Stein verkackt. Ich hab gerade mit dem Stein verkackt. Der guckt da nicht. 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 guckt da nicht. Der guckt da nicht. guckt da nicht. Der 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 guckt da nicht. Hey, da geht's mit mit mit. Oh schon, ich hoffe nicht interessant. Ich kann es gut sein. Ich will dir nichts sagen. Hey, hey, hey. Nein, nein, nein. Bitte. Bitte. Ich will dir wo die Sachen liegt. Warte. Ich will dir dir, ich will dir dir! Hey. Vielen Dank. Zu mir gedreht. Oder mit dem Rücken zu mir. Oh, da oben ist er. Ja, nun also. Oh, da oben ist er. 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 stehe ich nicht jetzt schiss vor mir oder was ja der mieter schuldig und richtig minden fisch gegessen kann ich auch klettern ist so doof hier Wir sind hier! Ich sehe ihn! Hey! Ich sehe einen Schmuck! Ich bin auf dem Feuer! Ich sehe ihn! Ich weiß, dass du da bist! Hey! Ich weiß, dass du da bist! Ich sehe ihn! Ich sehe ihn! Die sich halt umdrehen, ne? Ich sehe ihn! Ich sehe ihn! Ich sehe ihn! Ich sehe ihn! Die haben sich angeschaut! Yay! Okay, dann hat die Farm hier noch hergehört! Dann ist bei Lemister da auch noch irgendwo ein Grenzgebiet. Also irgendeines, was direkt auf der Grenze steht. Irgendwo meine ich dann vielleicht, ne? Ich darf mal gucken gehen! Ist ja dusig! Hier ist doch ein Brunnen! Ich werde das betrinken, doch! Dann habe ich heute 6 plus Kiga gemacht! Zwei haben sich ja so angeschlossen! Einer Frodo und dann nochmal 3 jetzt hier! Toll! 10 Stück sind jetzt hier drin! Fünf laufen hier rum! Frodo 6! Ich würde Frodo mal aufwerten! Ja, mach ich gleich, ne? Erinnere ich mich bestimmt dran! Ich wollte ja auch Legolas aufwerten! Ja! Ja! Finde ich erstmal und dann werte ich Camps auf! Ach, warte! Das kann länger dauern! Hier sehen wir mal! Was ist drin, ne? 114! Ja! Joach! 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 Ne! Da bin ich zwei Stunden mit beschäftigt! Ich kann es aber auch nicht wegreiten, ne? Am Ende ist da nämlich nichts mehr drin! Oh man! Joach! 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 Ich bin überladen! Joach! Joach! Fiß! Guck mal, wir hätten der Munition, das habe ich nicht gebraucht. Was wiegt er denn so viel? Was ist das? Zu trinken halt. Achso, ja, die Waffe. Ja, der kann jetzt dauern. Okay, ist zum Glück nichts drin. Hier auch nicht. Er freut mich. Ah, nein. 100 für... Das ist ein bisschen erschreckend. Aber nee, das ist so viel Arbeit. Oh, hier ist irgendwo ein Schatz. Da sieht man seine Wertsachen. Ich fragte sich halt nur was von dem allen, ne? Von dem ganzen Kram. Likör wahrscheinlich. Moin. Vielen Dank. Vielen Dank. Weiß ich, wo es ist. Warte, ich will es gleich an. Ach, da war ich ja schon. Ich war ein Neon-Dings-Bumms. Ja, warum sind die da überall 114 drin? Das können die doch nicht machen. Das finde ich voll unfair. Nee, ist nicht gut. Ich will nicht. Ich habe jetzt nur den kleinen Kram rausgenommen. Ich hatte gelesen, im Internet wäre ein Trick, da war es aber noch Alpha, dass man sich eine Kiste raussuchen soll, dort den ganzen Kram reinschmeißen soll. Alles in eine Kiste. Dann, wenn man alles zusammengeschmissen hat, alles nehmen, dann ist man zwar überladen, das Ding hier abfackeln und dann Feuer setzen. Ich glaube, das werde ich versuchen. Allerdings war dann die Möglichkeit, dass das Feuer nicht gesetzt werden konnte. Das kann ja halt ein Blöd sein, ne? Weil es hier irgendein Enemy oder so noch in der Region befindet. Oder so. Ich werde es aber auf jeden Fall mal probieren, weil 114, das dauert eine Ewigkeit, wenn ich das auf meine altbewährte Truhe mache. Ja. Der ist auch schon überladen, ja. Das heißt, ich werde mir jetzt irgendeinen... Er ist voll, okay. Feuer hast du noch bei dir drin, ne? Dann werde ich das Feuerchen gleich rausnehmen, bevor ich es hier abfackele. Du hast doch ein Feuer drin, ja, okay. Okay, dann werde ich mir jetzt eine Kiste hier rausruhen. Und zwar... Hier. Da schmeiß ich alles rein, was ich haben möchte. Oder irgendeine Leere. Dann werde ich von dem anderen Zöglicht. Hier, alles in die Kutsche schmeiß ich. Komm. Komm, ich bin dann alles gleich da raus. Ich hoffe, es funktioniert. Dann holen wir uns jetzt die große hier zusammen. Oder alles, was ich noch so brauche. Das kann man ja mitnehmen. Das Wood wäre auch ganz gut. Aber den weiß ich nicht, ob ich das irgendwann noch brauche. Das hier. So mag ich, glaube ich, auch irgendwie im Kopf, dass man das braucht. Ich kann es gar nicht mehr laufen. Das ist natürlich schlicht. Ich muss dann doch ein paar Mal laufen, ne? Wie viel Kilo kann ich denn noch laufen? Ah, 96 geht. Was ist denn da hinten? Warum ist da hinten ein Licht? Was ist denn da hinten? Ja, ist den Apfel. Sehr schön. Oh, ich bin bei 100 noch laufen kann. Hier 100 geht noch. Was ist denn da hinten? Ja. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Gehen wir mal auf 150 Euro. Oh. Doch geht noch. Okay. War sehr viel langsamer als vorher. Oder? Bisschen, ne? Bisschen langsamer auf jeden Fall. Und dann? Bisschen. 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 Was ist das? Oh mein Gott. Gut, mein Plan hätte gar nicht funktioniert, ne? Die Patrouille war nämlich gerade da. Hätte ich dann das alles aufgelöst, die Patrouille wäre in der Nähe gewesen wie bei meinem letzten. Beim letzten Fonds hätte ich das vorher gar nicht hinlegen können. Scheiße auf die große Riese. Ich werde jetzt die Patrouille handen. Kein Scheißer. Mein Pferd ist ja schon ein bisschen drin, ne? Das Kleinkram, was ich so brauchte, ist jetzt nicht so schlimm. Meine beiden Bolas habe ich halt in den Wagen gepackt. Ich hoffe, die sind da noch drin und die sind nicht weggepackt. Aber ich vermute, die sind wieder weggepackt. Aber ich hatte doch meinen Bogen noch, oder? Was habe ich da jetzt? Das bräuchte ich noch hier. Ja, okay. Ja, aber zum Heilen. Tee. Wo ist mein Tee? Wo ist das? Untertitelung des ZDF, 2020 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 ich habe mich ja noch gar nicht gesammelt irgendwo mal selber gejagt habe ich das schon weil es ging nicht mehr die wollten das nicht jagen dann habe ich das irgendwo gefunden muss kämpft auf werden die greift mich jetzt an hier der zwölfer nach so legen was mit einer aufwertung waffeln muss ich mit viel aufwerten 15 sehr schön würde ich geben die auch noch aufwerten aber da wo ich erst mal büffelfell und steaks bild wieder wer ist hier vorbei gerannt meine ich vorbei geritten ja die kommt zurück ja